Hi, ich bin Marte-Peter. In diesem Rätsel hier geht es um das Gewicht von drei Tieren, einem Hund, einer Katze und einer Maus. Interessant ist, dass immer das Gewicht von zwei dieser drei Tiere bekannt ist. Gesucht ist allerdings das Gewicht von allen dreien zusammen. Lass uns das Problem einfach abstrahieren, indem wir das Gewicht des Hundes X nennen, das Gewicht der Katze Y und das Gewicht der Maus Z. Dann lassen sich nämlich diese Messergebnisse auch ganz einfach mathematisch ausdrücken mithilfe von Gleichungen. X plus Y, also Hund und Katze zusammengewogen, ergeben 24 Kilogramm. Hund und Maus zusammengewogen, ergeben 20 Kilogramm. Und Katze und Maus zusammengewogen, ergeben 10 Kilogramm. Und nochmal, gesucht ist das Gewicht von allen dreien zusammen. Um jetzt auf dieses Ergebnis zu kommen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel dieses lineare Gleichungssystem vollständig lösen und sowohl das Gewicht des Hundes als auch der Katze als auch der Maus herausfinden und dann einfach nur alle drei Gewichtsangaben addieren. Da könntest du zum Beispiel mit dem Gauss-Algorithmus arbeiten. Vielleicht kennst du den noch, wenn nicht, schau dir gerne von mir das Video dazu an, um solche Gleichungssysteme im Allgemeinen zu lösen. Aber eigentlich brauchen wir das gar nicht so kompliziert zu machen. Wenn wir beispielsweise nur eines dieser Ergebnisse rausbekommen könnten, beispielsweise das Gewicht der Maus, dann könnten wir dieses Gewicht auf die erste Gleichung drauf addieren und hätten auch das Gesamtgewicht. Wenn du nur an eine dieser drei Lösungen ran möchtest, dann könntest du zum Beispiel mit der Regel von Kramer arbeiten. Auch dafür habe ich ein schönes Video für dich. Guck dir das gerne an, wenn dich das interessiert. Aber speziell in diesem Fall hier, wenn immer zwei von diesen drei Tieren gewogen wurden, können wir sogar noch einfacher an die Lösung kommen. Wir kommen ganz einfach an eines dieser drei Gewichte, indem wir zwei Gleichungen addieren und die dritte subtrahieren. Dann kommen wir an das Gewicht von Hund oder Katze oder Maus und addieren es auf die entsprechende Gleichung drauf und haben auch hier das Ergebnis. Oder ein vierter Lösungsvorschlag, der sogar noch einfacher ist. Wir addieren einfach alle drei Gleichungen zusammen. Wenn wir die alle drei zusammen addieren, dann haben wir zweimal das Gewicht des Hundes, zweimal das Gewicht der Katze und zweimal das Gewicht der Maus. In Summe ergibt sich dann 24 plus 20 plus 10, also 50, 54. Und wenn wir jetzt noch diese Gleichung durch zwei teilen, naja, dann haben wir einmalig nur noch das Gewicht des Hundes, einmal das Gewicht der Katze und einmal das Gewicht der Maus. Und auf der anderen Seite stehen 27 Kilogramm. Genau das, was wir rausfinden wollten. Also alle drei Tiere zusammen wiegen 27 Kilogramm. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.